Skifahren macht Spaß, aber nur ohne Schmerzen. Soll sich Dein Fuß den Schuh anpassen oder doch lieber umgekehrt? Dann geh zu Deinem Bootfitter. Die verschiedenen Hersteller und Modelle bieten unterschiedliche Möglichkeiten, den Schuh anzupassen. Denn jeder Fuß ist individuell. Ein 2D-Scanner erkennt alle Details, die für eine perfekte Anpassung wichtig sind. Besonders genau ist die Messung mit einem 3D-Scanner. Der Fußabdruck bildet die Fußwölbung genau ab. Nach wenigen Minuten ist die passgenaue Einlegesohle fertig. Mit der richtigen Sohle ist die direkte Kraftübertragung vom Fuß auf den Ski garantiert, ohne Ermüden und ohne Schmerzen. Bei vielen Herstellern sind thermoplastische Materialien im Schuh verarbeitet. Auf neuralgische Stellen wird besonderes Augenmerk gelegt. Der Schuh kühlt am Fuß aus und erhält somit die perfekte Form. Eine besondere Methode der individuellen Anpassung ist das Schäumen des Innenschuhs, der dann sitzt wie eine zweite Haut. Die harte Schale kann durch Erwärmung verformt und angepasst werden. Durch manuelle Bearbeitung kann die Schale noch zusätzlich in Problemzonen angepasst werden. Passt perfekt. Nur ein genau passender Schuh ist ein guter Skischuh. Mit Schuhen von deinem Bootfitter. Deine Untertitelung des ZDF, 2020